Geht ihr jetzt? Hallo, Grüezi, Servus, Moin Moin und herzlich Willkommen zu unserer Streckenvorschau. Wir sind hier gerade in Nauders am Reschenpass für das Drei-Länder-Enduro-Power bei Alutech und wir zeigen euch jetzt hier mal den ersten Track in der Streckenvorschau. Viel Spaß! Ab ins Knie aus dem Vergnügen. Ab ins Vergnügen. So, wir sind jetzt auf der Stage. Das ist hier die Stage 7. Wie ihr seht, das ist relativ feucht gerade. Es hat nämlich frisch geregnet. Dementsprechend ist es ziemlich rutschig, aber trotzdem ziemlich witzig. Über die feuchten Wurzeln ist gar nicht so einfach. Trotzdem haben wir uns entschlossen, hier die Vorschau drauf zu machen, weil wir den Trail tatsächlich die letzten zwei Jahre hier beim Trailender Enduro nicht gefahren sind. Die ihn dieses Jahr zum ersten Mal dabei haben. Somit ist er auch für den Conny, der vorfährt, neu. Ich habe ihn geflastert, deswegen kenne ich ihn. Und ihr seht, wie hier die Bedingungen wechseln. Mal ist es staubtrocken, mal ist es glitschnass. Je nachdem, wo das Wasser hingekommen ist. Unter den Bäumen total trocken. Auf den Wegen steht fast das Wasser. So, hier nach dieser ersten Wegquerung muss man ein bisschen aufpassen. Hier haben wir so Stufen gebaut. Die Kurve hängt unten ein bisschen. Und hier raus auf die Wiese sollte man wenn möglich ein bisschen mehr Schwung rausnehmen als ich jetzt. Denn dann kommt erstmal ein kleiner Fitnessteil mit dem Gegenanstieg. Wo er es dann hier über die relativ glatten Steine und Wurzeln weiter auf den Trail geht. Hier seht ihr, dass der Trail hier fast schon ein bisschen rinnig. Die Linienwahl bleibt einem hier nicht. Ich nehme hier ein bisschen den Fuß raus. Und nehme mal die untere Linie. Ich nehme hier oben die Gerade. Dafür nehme ich hier die Inside Line. Dann nach dem zweiten Schotterweg geht es hier relativ schnell dahin. Wieder enge Kehren. Muss man ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Danach dafür direkt wieder mit Speed über eine Traverse am Hammer entlang. Ein kleines Pedalierstück. Jetzt habe ich mich hier mit der Pedale verfangen. Nicht so optimal gelaufen. Jetzt geht es hier über den Schotterweg zur Wurzelabfahrt. Jetzt ist gerade bei dieser Nässe sehr rutschig. Bevor es dann hier in den Wiesenteil geht. Genau schon ein bisschen aufpassen. Da ist nämlich kein Weidel, da ist kein Rasendraht drauf. Und hier kommt dann schnelles Stück wieder über die Skipiste. Vorhin Richtung Elventrail. Der Kreuz dort gleich rein. Nachdem fahren wir dann gleich weiter. Wir haben mal eine kurze Putzpause eingelegt. Bevor es hier weiter geht. Hier fällt Conny über den oberen Sprung. Im Rennen wird allerdings der untere Sprung nur drin sein. Hier vorne gibt es noch die Möglichkeit kurz mal abzuziehen. Und hier geht es dann in den Elventrail rein, den viele von euch vielleicht noch vom letzten Jahr kennen werden. Ziemlich rau. Hier sieht man noch fast total trocken hier im Wald. Unter den Bäumen ist Staub fast. Conny gibt gleich ein bisschen Gas vor mir. Hier hat es wirklich kaum geregnet. Da haben wir mal kurz die Ideallinie verloren. Ich nehme hier ein bisschen Geschwindigkeit raus. Lass den Abstand mal ein bisschen größer werden. Weil es doch ziemlich rutschig ist. Die Wurzeln sind feucht. Der Boden ist staubig. Dementsprechend ist es nicht ganz so einfach zu fahren. Da vorne stehen dann schon die 50 Meter Zielschilder. Und hier geht es nochmal in die Rinne rein. Wie es sich hier für das Drei-Länder-Enduro gehört, geht es ordentlich zur Sache. Und da sind wir auch schon im Ziel. Hartes Ding. Aber geil. Ja. 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 Ich denke. Ja. Ja. Viere. Vierge. Sie können hier drüht sein. Verruf, das ist das. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier. Ja.